Hey Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider Underworld. Weiter geht's immer noch in Thailand. Ich hab jetzt das Tor geöffnet hier und bin ja mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Auf jeden Fall ist hier immer noch diese komische Battle-Musik und ich hab so die Befürchtung, irgendwas rennt hier noch rum und trachtet mir nach dem Leben, aber ich find's grad nicht. Naja, damit hätten wir das wohl hinter uns gelassen. Ah, lass mich raten, da unten ist die Grube des grauen Todes. Man sieht halt nicht, was da unten so gefährlich ist, aber es ist wohl tief genug, um mich zu töten. Von daher bin ich da... Vorsichtig! Ja, okay, das war nicht gut. Es tut mir leid, Lara. Ich mach das nicht mit Absicht, glaubt's mir. Ich mach das nicht mit Absicht. Sie fällt da immer so runter, die Arme. So, komm. Bin ich da zu spät? Sag mal, halt dich doch am Rand fest. Mensch, gute Frau. Wow. Oder muss ich da irgendwo hoch? Kann doch nicht sein, Leute. Das kann doch nicht sein. Muss ich da vielleicht öfters schwingen? Guck mal, da oben ist doch was. Da ist doch so ein Balken, auf dem ich... Oder? Da kann ich mich zumindest festhalten. Warte mal. Ich schwinge jetzt einfach ein bisschen öfter. Warte mal, mach noch mal ein bisschen Seil länger, so. Hoffentlich klatsche ich nicht gleich an die Wand. Au. Also da bleibe ich auf jeden Fall hängen. Hallo? Seht ihr? Ich klatsche da irgendwo an. Oh, das war knapp, aber es hat gereicht. Schön. So, liegt da was? Nö, ich dachte, das wäre ein Schatz. Es fuchst mich jetzt so ein bisschen, dass hier oben scheinbar irgendwas gewesen wäre. Wahrscheinlich sogar das Relikt. Ja, ihr habt mir schon geschrieben, dass ich letztes Mal bei Odin das Relikt hätte finden können, dort wo die Drachenstatue entstanden. Sowas ärgert mich ja. Dass ich sowas nicht absuche, sowas offensichtlich ist. Das ist schon ätzend ein bisschen. Ach, guck mal, jetzt komme ich auch wieder hier rauf. Hm, da drüben sehe ich es doch. Da drüben sehe ich es doch. Ich meine, ja, ich bin jetzt niemand, der ein 100% Run hier anstrebt. Besonders nicht, wenn ich es blind spiele. Äh, Clara? Ich da, achso. Es wäre halt schon interessant, aber ganz, sagen wir mal ehrlich, wenn ich hier blind spielen würde, also, tue ich ja, ich meine, mit 100%, dann würde ich da wahrscheinlich locker mal 20 Parts mehr brauchen, mindestens. Da würde ich nämlich, ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Würde ich nämlich jedes Gebiet 100 Mal absuchen. Und das wäre echt nicht schön. Das wäre echt nicht schön, Leute. So, oh, 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 oh. Meine Schatz. Muss ich jetzt wieder hier runter, oder? Na gut, ich glaube, es geht schneller, wenn ich hier runtergehe. Aber... Ich könnte mich jetzt eigentlich auch sterben lassen. Wäre jetzt zwar ein bisschen fies, aber würde es schneller gehen. Ach komm, was soll's. Bisschen länger die Leine, aber nicht zu lang. So, ist gut. Oh, seht ihr, ich ditch da irgendwie an. Am Rand. Was macht sie denn da immer? Das sieht voll komisch aus, wenn sie nach hinten noch so Schwung holt, obwohl ich es gar nicht will. Ja, wie gesagt, das geht nicht richtig hier, glaube ich. Ist nicht unbedingt meine Schuld. Nein, nein, ist nicht meine Schuld. Na, vielleicht doch. So, bin ich immer wieder hier. Das ist schön. So, da sind wieder Schwingringe. Kann ich von hier aus rangreifen? Nö. Nö. Nö, nö, nö. Muss ich wieder hier rauf. Oder? Ach, da oben. Ich hab's gesehen, da ist ein Hebel. Beziehungsweise wieder so eine Schwingstange. Zum Schwingen. So. Aber ich find's ein bisschen schade, dass sie dieses Quicktime-Dings, was heißt Quicktime, ja. Dass sie eben diese Aktion entfernt haben, dass man noch schnell einen Knopf drücken muss. Wenn sie sich nur richtig, also nicht richtig festhält. Wisst ihr? Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, wisst ihr? Ja. Das fand ich eigentlich recht spannend, weil wenn man das dann verpasst hat. Oh. Ah, das war nur... Schon wieder Tiger. Satischa. Satischa. Noch einer? Oh Mann. Es tut mir fast schon leid, dass ich diese schönen Kätzchen da töten muss. Aber die sind halt fies zu mir. Die wollen mich auch töten. Aber eigentlich ist der Mensch ja nicht gerade ein Fressfeind von denen. Na gut, die heißen ja nicht umsonst Menschenfresser. Trotzdem. Die haben doch viel andere Beute, die sie jagen können. Nicht so eine kleine, knackige Lara. Da ist doch auch nicht so viel Fleisch dran. Na gut, doch. Sie ist sehr durchtrainiert. Das ist wahrscheinlich genau das, was die anlockt. So. Okay. Ich sehe es schon. Ich sehe es. Entschuldigung. Ich kriege das nicht weg. Das ist schlimm. Die See saß so. Schmamsch. Okay. Na man merkt schon, die machen das ein bisschen. Die sind schon sehr stolz auf ihren Wandsprung hier. Nein. Ich habe doch. Ja, Timing. Ne? Ich habe es verpasst. Die sind da schon ein bisschen stolz drauf. Man merkt es, dass man sich hier so an die Wand schmiegen kann. Und dann. Ne? Das nutzen die jetzt so ein bisschen exzessiver. Aber ich finde es ja auch nicht schlecht. Ich meine. Ist ja auch ein gutes Feature. Das hätte man meiner Meinung nach zwar schon viel früher einführen können. Aber besser spät als nie. Oh. Wee. Spideys. Äh. Fledermäuschen. Aber die machen doch nicht solche komischen Geräusche. Oh. Nicht springen, Lara. Da drückt man einmal kurz springen, dass sie hier hochklettert. Nein. Sie will halt gleich wieder einen Satz über den Rand machen und sterben. Ich glaube, die ist bei mir so ein bisschen suizidal veranlagt, die gute Lara. Das schon wieder. Hmm. Hmm. Ui. Das war jetzt nicht so gut. Wie wäre ich da jetzt rübergekommen? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Oh, oh. Das geht doch nicht. Na, gibst du das mal auf, bitte? Irgendwie muss ich es hier rüber schaffen. Da ist auch noch einer. Ah. Nö. Wie sie halt aufklatscht und dann nochmal am Kopf gegen die Wand so. Du, 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 du. Doppelt eins auf die Birne. Ja, ich versuche es noch einmal. Ich will das, das ist so ein einfach zu erreichender Schatz. Im Prinzip. Wenn die Kamera halt mal mitspielen würde, ne? Wenn ich laufen will. Aber die dreht sich die ganze Zeit so blööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das ist Schätzlein. Schätzlein. So, warte. Ne, da geht's schon mal nicht. Aha. Aha, aha. Warte mal. Warum kann ich mich noch ganz dort runter hangeln? Ach, haben sie ja doch drin gelassen. Meine Güte. Ach so, ah, das wäre der reguläre Weg. Ich bin so blöd. Aber warte, von hier aus müsste ich an den Schatz dann auch rankommen, oder nicht? Ja, okay, okay. Dann war es mein Fehler. Ich habe schon gesehen, diese Kante hier, aber ich habe mich gefragt, was hat das für einen Sinn? Okay. Okay, okay. Mea culpa. Mea maxima culpa. So, jetzt wieder rauf. Ah, das Timing. Man darf halt echt genau, wenn sie aufkommt, muss man kurz warten, bis sie sich so leicht anschmiegt. Und dann muss man wieder drücken. Ist nicht ganz leicht, gebe ich zu. Ah, es ist echt nicht ganz leicht. So. Hoffentlich gibt es da gleich so etwas wie einen Shortcut, wenn ich hier drüben bin. Weil ich möchte gerne noch... Nein, da rutscht sie ja runter. Och Mann. Hätte ich das mal eher gewusst. Ich gehe die ganze Zeit die unnötigen Wege hier. Doppelt und dreifach. Und beschleunigen wir das mal ein bisschen. Hap und Hap. Nein. Nein. Och, Lara. Und zack. Und zack. Und zack. So. Ich frage mich, warum man einen Knopf drücken muss, damit sie es schneller macht. Warum nicht gleich schneller? Von... Also automatisch. Von sich selbst aus. Ja, nicht so weit springen. Ist ein bisschen komisch, das alles. So. Ich frage mich halt nur, ob es wirklich notwendig ist, dass ich das jetzt wieder mache. Also daneben den Schatz holen, komme ich da auch wieder zurück. Hä? Kamera. That camera. Ich frage mich halt echt, ob das jetzt klappt, ne? Das ist so schwer abzuschätzen. Jawohl. Jawohl. Das war richtig. Achso, ich hätte mich auch da fest. Ah, egal. Egal. Ui, 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 ui. Warum muss die... Ah! Warum muss das aber auch so schräg sein daneben? Das finde ich total affig. Hm. So. Erstmal den Schatz. Ich meine, da komme ich auch wieder zurück, oder? Von daher ist es nicht schlimm. So. Schätzelein. Schätzelein. Okay. Hoffentlich geht das jetzt auch wieder auf dem selben Weg zurück, sonst... Wäre das sehr ärgerlich. Na gut, das geht. Wunderbar. So spaßig es auch ist, aber wenn man alles hier dreimal machen muss, dann ist es irgendwann... Irgendwann hört es halt dann mal auf, spaßig zu sein, sondern wird einfach nur repetitiv und auch ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Ach, ne, hier muss ich schwingen, oder? Ne, da kann sie nicht abspringen von. Da muss ich schwingen... ... an der Stange, jawohl. ... an der Stange, jawohl. Schön. Ich kriege einen Speicherpunkt, weil ich so artig war. Dankeschön. Gut. Es geht voran. Oh, Leute, ich bin immer so gespannt. Ich möchte jetzt, ehrlich gesagt, im Anschluss nicht direkt danach die ganzen alten Teile noch spielen. Also 2, 3, 4, 5, 6 lasse ich ja aus, wie gesagt, weil... Das ist Angel of Darkness, da muss ich nichts zu sagen. Da werden mir wahrscheinlich auch 90 oder 95% der Leute zustimmen, außer die ganz knallharten Fans. Auf jeden Fall, ähm, da werde ich mir noch ein bisschen Zeit mitlassen, weil die Spiele, die sind... Ich weiß nicht, ob das jeden so ansprechen wird. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das werden sich nicht viele angucken. So. Peng, 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 peng. Das werde ich dann mal so nebenbei laufen lassen irgendwann. Oh, geht hier mal weg. Ne, ich merke es ja schon hier bei Tomb Raider, also jetzt die neueren Teile. Das spricht auch nicht so viele an. Kann ich aber auch verstehen, weil das ist ja sowas, hat jeder irgendwie schon gemacht. Und von daher... Ich weiß ja, wie es läuft. Man guckt sich nicht alles wegen dem Spieler selbst an, sondern eigentlich nur wegen dem Spiel an sich. Zumindest das ist halt wirklich so auf YouTube. Aber das ist jetzt nicht beschwerend, ich sag's nur. Es ist, wie es ist, ne? Es ist, wie es ist. Oh, nein, 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 nein. Ja, da spinnt's wieder rum. Und deswegen, ja, ich werde die schon machen, aber nicht sofort. Also frag bitte nicht, wann kommt das und das. Das mag ich ja sowieso nicht gerne. Wer mag das schon gerne, sich da irgendwie beuteln lassen, was zu machen. Aber, irgendwann, irgendwann. Nein, nein, nein. Es ist nicht die eine, es ist die andere Seite. Aha. So. Gut. Sollte ich's lieber so machen? Ja. Nein. Och, Lara, ich hab nur einmal gedrückt. Ich hab's mir schon so gedacht. Ja, das, äh, die Steuerung, die ist echt ein bisschen... ...pumpig manchmal, ja. Und da geht's wieder von hier, ne? Hab ich mir schon... Hab ich schon erwartet. Kann ich da auch so dran springen? Also, ich meinte eigentlich oben an die Stange, aber das macht sie wohl nicht. Warum haben die denn da eine Stange hingepappt? Wenn das nicht geht. War ich nicht jetzt. So, oder? Nein. Nein, Lara. Nein. Nein. Sie versucht's aber immer wieder, ne? So, na, ich will aber... Nein, nein. Ich will aber runterfallen. Nein. Du darfst nicht, Lara. Da seht ihr, ich drück nur einmal kurz Sprung und dann macht sie da oben wieder so Faxen. Man muss echt direkt loslassen. Also nur einmal ganz kurz antippen, die Taste, sonst ist das tödlich. So, jetzt. Hopp, hopp. Kommt da wieder was? Warum zu treten, wenn ich auch schießen kann? Da ist eh nichts drin, ich weiß es. Ding, 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 oder? Nö. Das Speicher-Jingle, da freu ich mich jedes Mal. Ja, ja. Hang. Hang. Irgendwie verlieren die so ein bisschen ihren Schrecken, wenn sie von mir weglaufen. Oder? Na ja. Oh. Schon wieder ein Speicher und irgendwo ist hier was zum... Hä? Ach da. Ach so. Das war jetzt mehr Zufall. Ich habe halt nur das Symbol gesehen. Und dann drücke ich halt mal, ne? So. Das hatten wir ja schon aktiviert. Oh, oh. Ah, ich merke gerade, man kann auch schneller schießen, wenn ich das manuell mache. Wenn ich da im Takt schieße, dann geht das viel, viel flotter, als wenn ich gedrückt halte. Da seht man, so ist gedrückt. Und so ist manuell. Na gut, man muss es halt im Takt drücken, sonst klappt das nicht. Aber trotzdem, es geht flinker. Das finde ich doch gut. Und hier ist Ende. Wie sie turnen können. Ist schon schick. Aber ich glaube, so rein praktisch in der Anwendung macht es keinen Sinn. Das ist eine Waage. Ich habe es doch gewusst. Aha. Ah, aber ich habe wohl nichts zum... Warte mal, vielleicht wenn ich schnell genug bin. Wenn ich schnell genug bin, schaffe ich das. Jawoy. Zack. Eins hätten wir. Entschuldigung, ich finde es halt viel lustiger, wenn ich mir die Räusche dabei vorstelle. Aua. Ich habe den Schatten gesehen. Das ist voll gut. Sag mal, 13. Man kann es auch übertreiben, finde ich. Oh oh. Man kann es auch übertreiben. Was ist das hier? Wenn ich mich daran festhalten. Ach guck mal, das ist genau da unten wieder. Jetzt bin ich nur eine Ebene höher. Das ist ja interessant. Interessant. Was bringt mir das hier? Kann sie sich daran festhalten? Nö, gar nichts. Ach doch, warte mal. Hier kann ich mich runterlassen wahrscheinlich. Ja, kann ich sogar. Aber irgendwas fehlt. Oh, jetzt ist mal gut. Wie kommt der denn da noch? Ich muss wohl die andere Seite noch irgendwie aktivieren. Aber wenn ich mich jetzt da runterlasse, komme ich nicht mehr rauf, oder? Ich muss irgendwie hier rüberkommen. Ja, nee. Ich will da rüben. Auf die Seite. Ach, Mann. Kann ich hier vielleicht die Seite runterlassen, wenn ich mich auf diese Waage stelle? Oder geht dann nur die Hand wieder hoch? Wahrscheinlich. Ja. Aber das muss wohl. Das scheint richtig zu sein. Denn jetzt habe ich da die Linse und die scheint dann auf den Kristall in der Hand. Oder was auch immer das darstellen soll. Ah, nach unten. Besser gesagt. Ah. Was sollen diese Dinger mit den Fechern? Ach so, die reflektieren das Licht auf den Kristall. In die Stirn von Kali. Ah, okay. Also das ist schon sehr ausgeklügelt, muss man mal sagen. Ich muss wohl hier runter. Ja. Geht nicht anders, denke ich. Wenn ich dann wenigstens wieder raufkommen würde. Aber ich bezweifle das, ehrlich gesagt. So. Ist die richtig hier? Oder? Ne. Die ist falsch. Oh nein. Na komm. Ja. Dankeschön. Ist da noch eine? Nö. Ja. Schieben. Nicht treten. Nicht treten. Tritt man die Dame mit dem Fächer, Lara? Tritt man die? Nein. Die schiebt man vorsichtig beiseite. Sag mal. Die kennt da auch nichts, ne? Erstmal treten und dann fragen. So. Die müsste richtig sein. Zumindest von der Ausrichtung her. Hä? Vielleicht doch die andere. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich meine, die ist ja mit dem Rücken. Warte mal. Ach, warte mal. Ich kann die ja quasi drehen, wenn ich sie durch die Mitte schiebe, oder? Ja, dann kann ich die rumdrehen, dass sie doch da hinschaut und nicht weg davon. Warte mal. Machen wir das mal so. Wahrscheinlich müssen die beide hinschauen zu Kali und nicht weg von hier. So. Ja, ist schon clever, ne? Diese Vorrichtung hier. So, vielleicht passt es jetzt. Ja, es passt. Genial. Einen hätten wir schon mal. Aber ich brauche noch einen zweiten. Kann sie sich? Kannst du, Lara? Ja, kann sie. Aber das hätte ich ja mal eher wissen können. Ich dachte, da komme ich jetzt nie wieder runter. Äh, hoch. Vorsicht hier, Schweine. Hier, Schweine. Was ist mit dem Käfig? Ach, den kann ich verschieben. Na gut, liebe Leute, aber wie es hier weitergeht, schauen wir mal nächste Folge. Ich würde mich auf jeden Fall sehr auf Feedback freuen. Bewertungen und Kommis sind immer gerne gesehen. Ich freue mich drauf. Lara rennt schon im Kreis vor Freude. Wenn wir uns nämlich wiedersehen bei Tomb Raider Underworld. Was ist mit dem gonna boom, dieAccountdowns, die bevorstehen würde. Vielen Dank.